Ich brauche Glowstone. Wow. Nein, nicht. Hm. La 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 la. Glowstone ist gleich da. Nein. So, jetzt. Boah, wie tief geht das denn hier runter? Hm. Komme ich von hier aus da hin? Ich hoffe es einfach mal. Das sieht doch gut aus. Perfekt getimt. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Also Glowstone ist echt gut, weil das so einen hohen EMC-Wert hat. Das ist richtig geil eigentlich auch. Und jetzt wieder runter. Tak, 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 tak. La 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 la. So. Wo ist der ganze Glowstone hin? Da unten. Uh, hallo Jungs. Na, alles fit bei euch? Ja, euer ganzen Ärzte könnt ihr behalten, die will ich gar nicht. So. Noch irgendwas liegen geblieben? Ja, hier oben ist noch was. So, reicht das jetzt? Und ist nicht gerade die Welt, aber gut. Dahinten müssen wir raus. Okay. Ja, leck. Und jetzt sterbe ich gleich, weil ich so rumlecke. Ich habe auch nichts zu essen dabei, ne? Ach, geht weg. Nicht Feuer fangen. Ja, leckt einfach nur. Ja, was ist schuld? Die Lex. Die Lex sind schuld. Egal. Ja, ihr wollt mich doch verarschen. Weil jetzt warum muss ich immer noch was umbauen? Das ist ja schrecklich so. Boah, ich muss mich hier an diese Kopfhörer. Ich tu noch ein bisschen auf meinen Kopf weh. Ich muss noch ein bisschen was dran machen. So, wo sind meine ganzen Items hier? Das sah schon mal ganz gut aus. War das alles? Man sieht es ja nicht. Oh, hör aufzulegen. Was habe ich denn dabei? Okay, Anti-Meta. Das ist schon mal ganz gut. Das ziehen wir mal schnell an. Das und das. Wo ist mein Jetpack? Da. So, mein Schwert. Meine Dings. Alles andere ist ja sowieso hinten im Back drin. Okay. Closed on. Alles klar. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Ab nach Hause. So, jetzt ab in mein Lager. Es brennt immer noch ein bisschen. Man hört das immer noch. Es ist ganz komisch. Obwohl ich gar nicht mehr in der Nähe bin vom Feuer. Aber ist nix fertig. Was ist hier drin? Closed on. Das danke. Kann man hierher zwischendurch mal immer gebrauchen. So. Ach, rein da mit dir. Da ist noch nichts neues entstanden. Gut. Jetzt machen wir erstmal aus den Closed on. Machen wir erstmal. Hier so ein paar Dinger. Was wollte ich noch machen? Ich wollte. Ich brauch einen Closed on. Da hinten drauf sitzen. Richtig. Richtig. Und dann wollte ich noch. Mit dem Diamantblock, den ich noch habe. Wo ist denn der? Ich hatte noch einen Diamantblock. Ich hatte noch einen Diamantblock, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch einen Diamantblock hatte. Hatte ich noch einen Diamantblock? Kann mir das jemand sagen? Ich muss noch mal in die Hölle gehen und nachgucken. Verdammt. Ich meine, ich hätte noch einen Diamantblock gehabt. Oder hatte ich keinen mehr? Ich bin so ein bisschen verwirrt gerade. Hatte ich einen Diamantblock oder nicht mehr? Ja, klar. Da hatte ich noch einen Diamantblock. Wofür soll ich sonst das Tag Mittag gehabt haben? Ne, ich brauchte noch einen Diamantblock. Genau, ich hatte keinen mehr. Ich hatte keinen mehr. Heißt, ich muss wieder irgendwas verbrennen, damit ich Diamant Sachen rauskriege. Aber was ist die Frage? So, also meine Gast-Items. Ich muss also noch irgendwas jetzt zum Diamanten herstellen. Ja, nehmen wir hier so ein bisschen, was ist auch völlig wurscht. Brauchen wir eh alles nicht. Also nicht so viel zumindest. Aber das ist wahrscheinlich nicht reich, genug Diamanten rauszukriegen, oder? Lalalalalala, na, davon ein bisschen Diamanten kriege ich schon dabei raus. Ja, fünf, sechs, sieben vielleicht noch. Ja, komm, hier wartest du noch eben. Na komm schon. Da ist er doch. Danke. So, jetzt den Diamantblocken, äh, Blocken, ähm, den Diamantblocken herstellen. So, machen wir das? Diamantblock. Blum. Diamantblock. Das oben drauf. Und dann so. So, ne, so war das nicht, oder? Wie war das denn? So. Ach, verdammt, ja Mist ey. Den will ich herstellen. Diamantblock, Furnace, Glas. Alles klar, ich brauche noch ein Furnace. Ein Furnace. Danke. Ein Furnace, ein Furnace, ein Furnace, zack. Ein Furnace unten drunter. Zack, jetzt haben wir den, den, den. Den, den, das hier drin ist, das wollte ich noch mal brennen, ne? Äh, das wollte ich vorhin mal irgendwann mal machen, glaube ich. Hier, kann man ruhig verbrennen, weg damit. Auf neue Diamanten. So, jetzt können wir hier vorne noch so ein Ding hinstellen. Wir müssen das irgendwann mal updaten, das hier jetzt quasi nur. Ach, schön. Das sieht doch gut aus, wann jetzt wieder schnell wächst hier. Zählen, 20, 30. Jetzt kann man schon fast die Hunderter mitzählen, das ist ganz gut. Neue Diamanten. Das müssen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch machen. Und dann haben wir hier schon, oder die Waldfee haben wir dann, ne? Können die Dinge eigentlich auch Energie sammeln, das Relay, durch Glowstone. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich noch ein Glowstone übrig, dann probiere ich es mir eben aus. Wir haben mich hier, das haben wir so ein Relay. Wenn ich hier so ein Glowstone drauf setze. Eins. Ne, der wäre in einem Verbrannt. Ne, okay, das geht nicht. Schade. Aber wahrscheinlich kann ich noch... Zwei habe ich noch ausgeregt, Frechheit. Aber wahrscheinlich kann ich, ähm... Obendrauf noch welche setzen, oder? Vielleicht. Dahin und dahin, das könnte natürlich sein. Hm, man weiß es nicht. Ach, schön, guck mal, da habe ich jemanden fertig. In der Zeit, wo ich einfach nur rumgerannt bin. Herrlich. So, ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das nachgucken kann. Aber ich probiere das mal aus. Ihr seht mich ja hier trotzdem, ne? Das ist ja immer gut. Auch wenn das Bild sich nicht bewegt. Ähm... Das hier. Das kann ich nicht. Mist. Und hier. Kann ich das hier sehen? Aha. Okay. So, machen wir das jetzt. Uh, das ist gut. Das kann ich ja dann doch sehen. Okay, Entschuldigung. Ähm, ich wollte mal gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Und ich habe da gerne eine Zeit gefunden, die sogar mitläuft. Haha. Oh, gut. Ach, trotzdem schwer, dunkler. Gehen wir auch schnell ins Bettchen. Wupp. Und gute Nacht. Rathomal hit the ground too hard. Also mit, ähm... Low-Store kann man echt was anfangen. Das hat echt einen geilen Wert. Da hängt man so ein Schwein. Und ein Creeper. Noch ein Creeper. Nein! Ich habe doch eine Rüstung an, oder habe ich keine Rüstung an? Hi. Hi. So, Springerwein. Ich wollte hier vorne sowieso mal aufräumen. Noch irgendwo einer? Nein. Das Klett ist noch da. Lalalalala. Ich habe eine Rüstung an und trotzdem machen die mich kaputt. Mein Beck ist noch da. Apropos Beck, da kann ich mal meine, ähm... Speichsack reinlegen. Kann ich die andere so lange rausnehmen. Ist noch alles da, ne? Sieht ganz gut aus. Was habe ich denn hier noch drin? Ein Oranium. Das könnte ich auch mal verbrennen. Hat den hohen MC-Wert. Ja, der Rest ist alles Mist. Okay. Könnte ich verbrennen. Ich kann es aber auch sein lassen. Ach komm, tu es wieder weg. Tu es wieder in die Tasche. Tu es wieder weg. Tu es einfach wieder weg. So, was mache ich jetzt hier mit diesen komischen Löchern? Wie ich Creeper hasse. Habe ich eine Schaufel? Schaufel habe ich. Da versuche ich mal eben schon noch zu retten, was zu retten ist. Ich lege das hier einfach ein bisschen tiefer. Ja, ich hoffe zu laufen. So. Hier machen wir auch noch ein bisschen weg. Nicht all zu viel, weil meine Eingänge sind natürlich auf dieser Plattform. So weg. Und hier weg. Das graben wir mal eben an. So. Wo habe ich die Erde? Erde da. Ja, wir machen das, ähm, wie machen wir das hinzu? Ganz solide oder machen lassen wir unten offen? Ich glaube, wir lassen unten offen. Braucht. Haben wir noch Fackeln? Ja. Zwei Stück. Eine dahin. Eine dahin. Und dann kann man auch hier einfach zu machen. Ach, hier ist es sogar noch doppelt. Hier ist also mal so, mal so. Okay, hier geht es dann runter. Ähm. Ja, dann machen wir das auf diese Höhe zu. So. Die haben auch so ein Loch eingespringt, da reicht die Erde niemals für. Niemals. Das war's an Erde. So. Aber hier noch ein bisschen Erde weg, damit wir noch ein bisschen zum Auffüllen haben. Ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. Hau bloß ab, ey. Wo kommt der denn jetzt her? Irgendwo hier raus wahrscheinlich. Entweder von da. Oder von da. Ach, hier hab ich schon mal zugemacht. Das sollte ich vielleicht nicht weg machen. Ähm. 13 Erde reicht doch nicht. Das reicht doch nicht. Was machst du denn da? Das reicht doch nicht. Was ist hier für ein Loch? Was ist hier für ein Loch? Was ist hier für ein Löcher sind, ey? Das ist schon nicht mehr schön. Ich mach jetzt hier das noch eben weg. Das gerade ich noch eben an und dann ist es gut. Solche Arbeiten müssen natürlich auch mal gemacht werden. Das haben wir natürlich heute schon wieder viel gemacht. Also, äh, was heißt viel? Eigentlich haben wir wenig gemacht, aber es war viel Arbeit. Hinten mit diesen ganzen, ähm, Diamanten-Gedönster. Aber, das wird sich lohnen. Wir werden hinterher eine gute Diamantenproduktion da haben und das werden wir brauchen. Denn wenn wir da richtig anfangen mit Dark Matter und Red Matter irgendwas zu machen, dann brauchen wir Diamanten en masse. Sag ich euch, on masse. Und dann mach ich mir vielleicht mal so ein Dark Matter-Werkzeug und so und dann, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, äh, es lohnt sich auch noch weiter noch ein bisschen Zeit, um Diamanten da reinzustecken. Da sollte halt nur kein Creeplein erlone explodieren und das in die Luft jagen. Das wäre sehr unschön, würde ich mal behaupten. Ja, unschön kann man schon dazu sagen. So, als erstes mache ich mal hier dieses Loch auch mal dazu, wenn ich schon mal hier bin. Ja, ja, macht immer ohne irgendeine Geräusche, ist mir egal. So, das ist das Schmutz zu. Jetzt machen wir auch das Loch zu und dann sind wir hier ja schon wieder, ist alles wieder gut. Fällt ja gar nicht mehr auf, dass wir irgendwas kaputt gemacht haben. Na, irgendwie doch noch. So, heute machen wir das hier mal auf einer Ebene. Hallo, nicht so scheiße laufen hier. Wow, 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 wow. So, jetzt können wir noch bis hier hinziehen. Ach, schön. Oder auch nicht. Was ist hier? Läuft die Quarry noch? Liebe Glick, kein Wasser durch. Zumindest sehe ich doch, ist ein ganz schöner Strahlwasser, okay. Gucken wir uns mal die Quarry an, ob die gekühlt ist auch. Ich gucke in die Quarry reingucken, geht das nicht? Geht nicht. Achso, jetzt sind nur diese Maschinen, die ist aber alles gut. Ist alles in Ordnung. Was kann man da eigentlich noch reinpacken? Irgendwas zum Verbrennen wahrscheinlich. Eigentlich wollte ich gerade das Schwein anfangen, das mache ich jetzt natürlich nicht mehr. Ich gucke mal oben auf mein Korn, fällt eben schnell noch. Wir haben aber jetzt auch schon 46 Minuten aufgenommen, das heißt, wir sind bei drei vollen Folgen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, das lassen wir mal hier oben. Das ist noch nicht fertig. Beim nächsten Mal vielleicht. Gut, dann würde ich sagen, wir sind erstmal fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da fange ich dann hier oben an und habe mal Aussicht auf mein Wasserkraftwerk da hinten. Das ist schön. Schaut euch auch noch andere Videos an oder schaut euch, ich weiß nicht was an. Wenn ihr euch gefällt, dann liked doch bitte die Folgen. Ich muss ab und zu darauf hinweisen, das ist einfach, es hilft uns, also uns YouTubern ungemein, wenn ihr die Videos liked. Und da YouTube im Moment sowieso so beschissen läuft, könnt ihr uns den Gefallen tun, liked einfach mal die Videos, wenn ihr sie mögt. Wenn ihr nicht, dann nicht, logischerweise. Und wenn ihr Lust habt, dann verteilt es ja auch auf Facebook oder sowas damit auch noch. Ich glaube, ich bin ein paar mehr Zuschauer kriege. Denn wenn ich mehr Zuschauer kriege, dann macht es natürlich auch noch mehr Spaß. Dann macht es auch euch mehr Spaß, dann ist die Community aktiver. Dann habt ihr mehr zum Diskutieren untereinander. Ja, das Ganze rum und rum halt. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.